Hmm, Sie kennen ihn doch. Können Sie uns erklären, was Chabo heisst? Ich kenne das Wort Chabo als Hut, aber damit hat es sicher auch nichts zu tun. Nein. Kennen Sie den Rapper Haftbefehl? Wie würden Sie ihn mit nur einem Wort beschreiben? Könnte man sagen, das ist jetzt ein fertiger Chabo. Ja, was halten Sie denn von ihm? Also, sie ist gar nichts wert. Hässiges, krotter Gesicht. Ein fertiger Börsch. Interessant. Kannst du mir sagen, ob das Wort Chabo auch in Afrika gebraucht wird? Ich bin ein Somaler, nicht irgendein Afrikaner. Sorry, ey. Nicht übertrieben. Sie bleiben, Chabo. Chabo? Ja. Das klingt wie ein Ausdruck aus einer balkanischen Sprache. Echt? Und was könnte das bedeuten? Chabalo. Wie heisst es? Chabo. Chabo. Ja. Chabalo. Chablono auf Albanisch. Könnte ich mir sagen, was Chabo ist? Aphrodisiakum. Echt? Was meinst du? Jetzt sind wir aber gespannt. Es ist ein Drogen und mir hätte ich bei den Frauen bekannt, damit sie schnell drauf werden. Irgendwie sagen wir Alkohol. Und dann anstatt, dass sie es runterflucken. Oder? Oder? Also, wie? Wie meinst du? Ja, halt. Halt. Wir reden nicht schlecht. Chabo. Sie wissen, wer der Popo ist. Genau, ja. 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 Ja.